ähm, Voltax, ich bin ganz ehrlich, du sagst das, aber ich weiß noch nicht so genau, wie wir das machen sollen. Also, wie geht das? Der Schlüssel des Wassers ist ein... ein Ding. Ist manifest. So groß wie meine Hand, so groß wie mein Kopf, so groß wie mein Brustkorb, sieht's aus wie ein Schlüssel, wie ein Stein. Ja, also... Ja, bei allem. Ja, ich weiß es nicht. Ah, okay. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich weiß auch viele Dinge immer nicht. Mhm. Du musst dir keine Sorgen machen. Nichtsdestotrotz könnte uns das ganze Aufschluss darüber geben. Und in dieser Erzählung stehen auch noch sehr viele weitere, sehr viele interessante Dinge drin, die für mich zumindest relevant sind. Und, äh, mithilfe derer ich vielleicht meine Macht doch steigern könnte. Steht dort drin, wo der Schlüssel des Wassers ist, ja oder nein? Hm. Wahrscheinlich. Na ja, vermutlich wird's doch so sein wie bei ganz oft bei sowas. Da steht ein Hinweis drin und da braucht man die göttliche Eingebung, um ihn zu finden. Ich denke, in diesem Berg wird stehen vor, wo er vor sehr langer Zeit einmal war. Nun, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass er dort immer noch ist. Und ihr hofft, er ist in der Nähe von Selem? Nun, ja. Eigentlich schon. Und wenn es nicht so ist? Dann haben wir es zumindestens versucht. Ich weiß doch auch nicht. Wir müssen nach jedem Strohhalm greifen, der sich in unserem Moment ergieht. Nicht wahr? Nun, etwas Zeit haben wir noch, denke ich. Wir wollten doch noch den Satinav-Tempel aufsuchen, Abelmir. In der Tat. Anderer Problem, wenn ich mich recht entsinne. Nun ja, es ist nicht nur mein Problem. Es ist unser aller Problem. Nun, ich denke, ihr würdet die Bibliothek gerne weiternutzen. Und im Sinne dessen wäre es gut, wenn wir die Bücher zurückdenken. Könntet ihr sie euch prägen? Denn ich weiß, Bücher zu kopieren, dauert zu lange. Natürlich könnte ich das. Gut, dann. Das Prisod müssen wir auf jeden Fall nach Selem zurückkehren. Egal, was uns in dieser merkwürdigen Stadt erwartet, die wir besuchen wollen. Mia, Matt, hieß sie? Ich muss ein Schicksal erfüllen. Naja, Abelmir, das ist genauso wie mit dem Bolltagswasserschlüssel. Da sprichst du auch ständig drüber, aber ich weiß auch nicht genau, was da dein Plan ist. Nun, ich muss meine eigene Existenz sichern. Es ist schwer zu erklären. Wie soll ich das begreiflich machen? Und wenn ich nicht mehr bin, oder war, oder sein werde, dann wird alles ungeschehen gemacht werden, was mit mir zusammenhängt. Oder, Satina fügt es einfach so, dass es trotzdem genauso verlaufen wäre. Wollte ich darauf verlassen? Offen? Nun, nein. Natürlich würde ich es bevorzugen, euch weiterhin bei uns zu haben. Das wäre schon eine nette Sache. Und ich habe euch auch Hilfe angeboten. Dementsprechend helfe ich euch natürlich auch Abelmir. Ich glaube, ihr versteht noch nicht, wenn ich nicht mehr bin, werden auch Dinge nicht geschehen, die mit mir im Zusammenhang stehen. Wir werden Salamin vielleicht... Verzeihung? Ja. Wir haben da draußen einen Boten, der will wohl irgendwas von euch. Er hat einen Zettel gegeben, aber er kann nicht reden. Er hat den Mund zugenäht. Vielen. Lass ihn noch rein. Wir brauchen ja nur den Zettel, der kann nur eh nicht reden. Das Schreiben habe ich schon hier, wenn ihr das haben wollt. Ich habe den Boten noch nicht weggeschickt. Er wartet draußen aber. Ja, gib mal her. Ich wollte euch nur sagen, dass das unheimlich ist. Ja, ich kann sehr gut lesen. Die ganze Stadt ist unheimlich. Tja, ich habe auch nicht das Bedürfnis, da jetzt runter zu gehen. Hier ist der Zettel. Ja, danke. Ich schlage den Zettel großspurig auf und versuche ihn zu lesen. Ich hoffe, er ist in kurslicher Schrift geschrieben, sonst bin ich raus. Tullamidia. Kannst du Tullamidia? Nein. Schade. Ich schaue über seine Schulter. Spannend. Das muss verschlüsselt sein. Aber mir schaue dir das mal an. Das ist Tullamidia. Kommt auch einmal her. Ich würde dann vorlesen, was draufsteht. Wir, Tubarek von Herroch, laden euch zu einem Kurzweil und Tee ein. Ihr findet mich in der Villa Herroch auf dem Palastberg in Alt-Elem. Kennt ihr den? Tubarek von Herroch? Ja, aber mir, wenn den irgendjemand kennt, dann kennst du den, weil du hast deine Freunde hier. Sonst kennt hier niemand jemand. Wir mögen die hier alle nicht. Ich meine, wir hätten diesen Namen schon mal gehört. Irgendein Magier, der hier in Seelam ansässig sein soll. Darf ich Geschichtswissen würfeln? Oder Magikunde Elementarismus? Ja, würde ich beides zulassen. Sagen und Legenden, ja. Sagen und Legenden auch. Sagen und Legenden würde ich sagen, eine plus 12. Und die anderen beiden plus 15. Die Spezialierung Tullamidia zählt auch nicht, oder? Ja. Ich glaube, der wurde uns gegenüber schon mal erwähnt. Aber ich weiß echt nicht mehr, in welchem Kontext. Ah, ich weiß es. Das war auf Sulman Al-Nasori. Ja, genau. Da haben wir schon mal von ihm gehört. Ich weiß noch nicht, ob ich da dabei war. Ich glaube nicht. Ich würde gerne die 15 bei Intuition neu würfeln. Ich glaube, ich würfle nicht. Das war dann einmal. Warte, nee, nee. Quatsch, was wir mal von ihm gehört haben. Ach Quatsch, macht keinen Sinn. Aber mir hat es ja schon geschafft. Aber mir hat es ja, genau. Und wenn er plus 14 sogar noch zusätzlich bei einer 21er Spezialisierung. Ja, Tubarek Al-Kain. Oder auch Tubal-Kain. Der mit dem kalten Herzen. Die Gerüchte sagen zumindest, dass er einer der mächtigsten Magier der Welt ist. Nun, wenn ich mich recht erinnere, sollte mir diese Ausladung, Einladung von dem Herrn nicht ausschlagen. Er ist eine machtvolle Kraft. Er ist ein sehr mächtiger Magier, ein sehr alter Magier. Er war der Lehrmeister von Solman al-Nasori. Nein, das denke ich nicht. Er hat es irgendwie geschafft, die Zeit zu meistern und zu überleben. Nun, dann hat er vielleicht etwas zu einem Problem zu sagen. Nun, Magier zu treffen ist meist eine Bereicherung. Wer hier schon so eine Weile in dieser Stadtverbringung erbracht hat, wird er wohl selbst verrückt geworden sein. Das heißt, wir begeben uns direkt zu einem verrückten Magier. Moment. Naja, ihr denkt... Ja, sag's. Also ihr habt gesagt, das war der Lehrmeister von Solman al-Nasori. Also ist er Elementarist. Ja. Ah, das ist gut. Mit diesen Leuten kann ich gut. Naja, Boltax, wenn er so alt ist, ist er vielleicht gar kein Elementarist, aber er ist so gut in Elementarismus und der Sultan konnte nur das, dass er ihm das beigebracht hat. Er ist ein Eis-Elementarist, das sollte man vielleicht dazu hinzufügen. Ja, und was war das Problem? Ich sehe da auch kein Problem. Sehr berechnend und kaltherzig, wie der Nao schon sagt. Ach, aber ihr werdet sein Herz sicher erwärmen. Nun, wir werden sehen. Naja, und wenn wir für uns gewinnen können, wäre er eine große Hilfe. Naja, und Ronga, wenn er wirklich so alt ist, wie Boltax und Abel mir behaupten, dann war er vielleicht hier, bevor die Stadt verrückt ist und ist dann einfach nicht ausgezogen. Moment, aber ich habe das doch gar nicht behauptet. Bei mir hat er das behauptet. Na, ich... Na, ich... Das ist, was ich weiß. Ja, das wissen wir aber nicht. Genau. Naja, nur weil die Stadt jetzt ein bisschen verrückt ist, da zieht er ja nicht gleich um. Außerdem trifft es nur die geistig Schwachen in dieser Stadt. Nun ja, er hat einen Mann mit zugenähtem Mundalzen geschickt, aber... Nun, um seine geheimen Situationen vielleicht? Ich denke nicht, dass er eine sympathische Persönlichkeit ist, aber einer, mit der wir sprechen sollten. In der Tat. Und dann? Ja, vor allen Dingen Boltax. Wenn Boltax sich gut mit solchen Leuten versteht, dann kann das ja nur gut enden. Natürlich. Natürlich. Also, wenn ich da zusammenfassen darf, wir besuchen den sehr alten Magier oder den Nachfahren von sehr alten Magiern, was Boltax meinte, und den Satinaf Tempel, und müssen wir sonst noch irgendwas angucken. Ja, mein total vollenden. Nun, ich denke, es wird sich das eine oder andere aus diesen beiden Besuchen noch ergeben. Ihr könnt uns mehr von der Hinweise geben auf, nun ja. Wajat, wenn er wirklich so alt ist. Naja, aber mir bei deinem Ritual können wir da irgendwie helfen. Muss ich eine Ziege opfern. Das mache ich. Ihr müsst keine Ziege opfern. Ihr müsst nur ihm beiwohnen. Eine moralische Unterstützung, sozusagen. Ach, ihr wollt, dass ich mitbete? Natürlich. Ja, das mache ich öfter. Das ist kein Problem. Stimm her. Ich werde schon die Zeit finden. Ich verstehe, Zeit finden, weil es doch um ein Zeitritual geht. Sehr komisch. Aber mir, seitdem es um dein eigenes Ableben geht, findest du das irgendwie immer nie komisch. Ja, ich fand den Zwerghumor noch nie komisch. Ich habe noch nie den richtigen Zugang dazu gefunden. Ja, ich vermute, du bist in der Regel zu nüchtern. Nein. Das nüchst mag sein. Ich glaube, sein Lachmuskel ist einfach nicht trainiert. Er muss mehr trainieren. Ja, aber mir wollt ihr dann eine Zusage formulieren, denn ich denke, diese Einladung gilt vor allem euch. Und sie den Booten wieder mitgeben. Und wann wollen wir dann diesen Magier aufsuchen? Stammt doch nicht nur dabei. Keine Ahnung, morgen, wie? Nee, schon keine. Dem sind Termine sowieso egal, wenn er 3000 Jahre meint. Also für Co2 und Tee, das ist dem egal, wann ihr kommt. Nächstes Jahr im Sommer. Ja, ja, das ist ein bisschen kurzfristig. Dann schalte ich ihm doch eine Stunde am morgigen Tage. Dann würde ich vorschlagen, morgen Mittag, wenn es angenehm ist. Ja, das klingt auch gar nicht schlecht. Nun gut, ich will sich eine kurze Antwort aufsetzen. Mit herzlichen Dank nehmen wir eure Großfigier einladen ein und erwartet uns zur Mittagsstunde des nächsten Tages. Ein Magier kommt nie zu spät. Er kommt genau dann, wenn er es passt. Mit höflichen Grüßen, Avem Jerem Reis und Freunde. Und Freunde, das ist klar. Wir sind Unfreunde. Ich bin Ritter, verdammt. Ich bin Unfreunde. Ritter von Romales. Er wollte keinen zehnseitigen Anhang mit deinen Titeln hinzufügen. Den habe ich bei mir im Zimmer liegen. Da brauchst du nur Fragen. Copy-paste. Ja, wir haben es mittlerweile auch 19, 20 Uhr. Wäre jetzt natürlich gewagt, sich in der Dunkelheit nach draußen, nach Seenem zu wagen. Das heißt, wollt ihr nochmal doch raus? Gefährlich? Oder wollt ihr den restlichen Abend hierbleiben und dann nur selber noch ein bisschen Tee trinken? Ich würde mir die Bücher einbringen und abschreiben, wenn es geht. Gut. Dann bleibt ihr also hier. Aber mir prägt sich die Bücher ein. Das sind zwei Zauber. Boltax? Ja, ich würde weiter an meinen Hochzeitsvorbereitungen arbeiten. Denn ich habe ja noch einiges zu tun. Ja, Steinsaft pressen. Unter anderem. Steinöl, Steinsaft. Nur Steinöl. Also es stehen noch viele andere Dinge auf dem Programm. Sehr gut. Dann Rafim. Ich würde den Tag, den Abend tatsächlich wieder mit mich waschen verbringen, weil man nach dieser Stadt bestimmt fürchterlich stinkt. Auf alle Fälle. Gerade wenn du so eine schimmelige Leiche über dir hattest, der drei Tage tot war. Ja, ich habe mich ja schon ein bisschen gewaschen, aber ich glaube, es ist jetzt eine Grundreinigung. Du kannst dir die beiden Heilerinnen suchen, die dich dann auch tatsächlich waschen werden und dir dann noch einige Insektenlarven unter der Haut hervorholen, die sich da wohl mit dem Stachel eingenistet haben. Das heißt, sie werden so ein bisschen an einigen Stellen mit dem Skalpell aufschneiden, dir mehrere Larven zeigen, die sich da unter die Haut genistet haben, die dann rausholen und wieder zunähen. Ja, ist das hier nicht eine schreckliche Stadt, in der wir uns befinden? Ja, sehr. Ja, und jetzt haltet still. Ja, ihr musstet ihr da jetzt so tief schneiden. Ja, ihr genießt das doch, das sehe ich. Ja, das ist nicht abzuschreiten. Ja, es verstößt trotzdem gegen meinen Kodex zu tief zu schneiden. Ja, ja. Zulamin. Ja, Zulamin würde auch ein bisschen Zeit mit Körperpflege verbringen und außerdem... ...Evanora und Havulgaard in Kenntnis setzen, dass wir eine weitere Efferdi an Bord haben, die ein paar Probleme hat und mit der man vorsichtig umgehen muss. Alles klar? Honga. Honga wird sich auf dem Schiff vielleicht bei seinen neu gewonnenen Freunden in der... ...oder bei den Söldnern erstmal neuen Alkohol organisieren, denn seinen eigenen kann er ja nicht mehr trinken. Irgendwer hat das auf ihn abgesehen. Und außerdem würde er die Zeit nutzen, sich mal mit jemandem zu unterhalten, der hier wohl ein wenig Ahnung von Magie hat. Da Abel mir momentan viel mit seinem eigenen Kram zu tun hat, kommt er zu Boltax und klopft da in die Kajüte. Äh, ja bitte, ähm, herein? Äh, sag, hast du einen Augenblick? Äh, ja, ja, natürlich, natürlich. Äh, du müsstest das hier kurz halten. Äh, und ich drück dir eine Pergamentrolle in die Hand. Äh, ich muss gerade die Familie der Braut aufschreiben. Äh, das muss später verlesen werden auf der Hochzeit. Ähm, was geht... Ja, das stimmt. Hatte ich ganz vergessen, dass du mit einer Hochzeitsvorbereitung gesteckst. Ähm, und, äh, mich beunruhigt irgendwie das, was mir, äh, die Botschaft, die von diesem Magie angekommen ist. Und ich dachte, da du Raphim auf sowas beigebracht hast, äh, kannst du mir Möglichkeiten zeigen, mich besser davor zu schützen. Also magischen Angriffen. Ah, ich verstehe. Du möchtest etwas über die Armbrust hören. Äh, selbstverständlich. Nimm bitte Platz auf dem Stein da vorne. Das, das hab ich eigentlich nicht gesagt. Ich wollte mich vor magischen Angriffen schützen. Ja, das ist elementares Training dahinter. Nimm Platz, nimm Platz. Also, weißt du, was du sein musst, um dich vor elementar magischen Angriffen zu schützen? Ähm. Wie ein Fels in der Brandung. Aber du bist kein Fels. Seien wir ehrlich. Du bist ein Fleischsack. Aber das ist nicht schlimm. Denn deine Gedanken können wie ein Fels sein. Und das hab ich Raphim auch beigebracht. Es geht nicht darum, was du bist. Sondern was du ausstrahlst zu sein. Und was deine Gedanken machen, macht die Welt mit dir. So können deine Gedanken um das eine kreisen. Und dem Feind keine Möglichkeit geben, in deine Gedanken einzudringen. Und deshalb musst du dich auf eine Sache fixieren. Auf die Armbrust. Verstanden? Äh. Muss das denn wirklich die Armbrust sein? Denk an die Armbrust. Wenn ich dich richtig verstehe. Muss das... Die Armbrust. Die Armbrust. Oh, ich weiß nicht viel über Armbrust. Es ist eine heiß bewährte Methode. Oh, das ist überhaupt kein Problem. Also. Die Armbrust wurde ursprünglich von Zwerg entwickelt. Ich weiß, die Horasier haben eine gewisse Affinität darin empfunden, diese Erfindung für sich zu beanspruchen. Aber es ist nicht wahr. Also, es war Baraks, Sohn des Baraks, der die Armbrust ursprünglich entwickelt hatte. Es war nicht die Armbrust, die wir heute kennen. Es geht noch eine Weile. Ich denke, wir kennen die Geschichte alle gut genug. Wir haben sie oft genug gehört. Und Ronga darf sie jetzt zum ersten Mal... Darf... Hören. Dabei spielt es nicht so sehr die Rolle, ob der jetzt das oder das gemacht hat. Und das versucht Baraks dir auch zu vermitteln. Ja. Gut, also du stärkst deine Magieresistenz. Ich kaufe mir eiserner Wille. Alles klar. Am nächsten Tage erwacht Abel mir nicht in seiner Kajüte, sondern in einem etwas kleineren Etablissement mit hochmagischen Zeichen und Sigillen. Du kennst dieses Büro. Es ist dein eigenes. Wo bin ich? In welchem Büro? In welcher Stadt? In deinem eigenen Büro. Und zwar die eigentliche Kajüte von Rafim. Also wie gesagt, kleiner, direkt neben dem Kapitänsbüro von... Na, oder dem Kapitänskajüte von Diamant das gelegen. Ah. Interessant. Ähm. Ja. Da bin ich jetzt schon wieder gelandet. Ich muss mal herausfinden, wo ich bin. Ich würde die Tür aufmachen. Also ich ziehe mir das mal an. Bin mir angezogen. Genau. Ja, du hast so ein Sternengewand an mit allerlei Sternen, vor allem blau, die auf deinem weißen Nachthemd sind. Kannst du dich dann umziehen? Eine weiße Magierrobe. Ah, interessant. Wieder einmal. Durchleben wir es. Ich möchte mir anziehen und dann die Tür aufmachen und heraustreten. Soll ich mich umgucken? Ja, du siehst, wie Eldan auf dich zumeist. Ah, ah, will mir den Göttern seist gedankt. Ihr seid wieder... Ihr dürft mir doch nicht so einschrecken. Ah, ja. Äh, Eldan? Was ist? Was kann ich für euch tun? Also, also, ah, will mir... Also... Eure Scherze, das... Also, das hättet ihr... Ich dachte schon, wir waren... Ich dachte, wir waren verloren. Also, wirklich. Sammelt euch und erzählt mir von euren Leiden. Ihr wisst doch, auf den Rest kann man sich nicht verlassen. Ohne euch. Was hätte ich denn da gemacht? Wir wären dem Untergang geweiht gewesen. Aber ich habe mir natürlich gedacht, dass ihr einen schlauen Plan habt. Ach, wie konnte ich nur an euch zwei... Gut, dass ich gebetet habe. Gut, dass ich gebetet habe. Ah. Oh, Broschka Brox, Abelmir, mein guter Freund. Äh, kein Verschämmer. Oh, oh. Du lebst ja noch. Was schaut ihr denn da draußen herum? Abelmir ist wieder da. Abelmir ist wieder da. Gebt uns, aber eure Kajüte. Ach, Abelmir, ach, wie gut, dass ihr wieder da seid. Jetzt schwätzt den Arm doch nicht voll. Aber ihr seid tot. Ich bin nicht tot. Wie ihr seht. Habt ihr jemals daran gezweifelt, dass unser guter Abelmir tot sei? Dann können wir unsere Mission doch fortsetzen. Ich hatte schon fast alles aufgegeben. Gut, dass ich lebe. Gut, dass ich gebetet habe. Ihr könnt mir ja später danken. Ja, aber ich habe ihn sterben sehen. Nun, ich bin nicht gestorben. Wie habt ihr das geschafft? Äh, Prajus? Das ist wie ne der andere Abelmir. Was, wovon redet ihr denn schon wieder? Natürlich bin ich Abelmir, ja, Morinus. Ja, aber der Falsche. Unser ist tot. Die Hoffnung ist verloren. Stimmt. Vielleicht beginnt es von Anfang an. Aber, 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 aber. Die Kajüte, die Amantes wartet. Ja, der Kapitän wartet. Natürlich. Jetzt wollen wir nicht warten lassen. Mein Lied auf Kreuz kommt nicht.